So, da sind wir wieder, kleine Schlafpause gemacht, ein bisschen umgeparkt, äh, ich war ja zugeparkt, ne? Der Carsten ist wieder dabei, der Chakotin ist dabei, der Andi ist dabei, logischerweise. Ich bin dabei! Da sind wir dabei! Da sind wir dabei! Da ist prima! Und der Andi, der fährt schon wieder außenrum. Ja, weil er will immer Erster sein. Ja, komm, fahr mal einfach. Das ist keine No Collision Zone, ne? Ich wollte es euch nur schon mal gesagt haben. Hoppala! Ist nichts passiert. Ich weiß, ich wollte es nur mal ein bisschen ärgern. Oh mein Gott. Wie die ganze letzte Session auch schon. Ich bin heute der Böse, das weißt du doch. Du bist, geht heute mein Tracker wieder? Wer hat es jetzt hingekriegt? Aber Leute, ich habe immer noch diese komische gedudelte Musik da hingehen, was ist das? Wo ist das? Das Radio wahrscheinlich. Ich fahr noch mal ganz kurz nebenan. Mach doch die Musik, glaube ich, sehr klar. Ich fahr mal ganz kurz still da vorne. Ja, ja, ich halt schon an, ich mach in der Zeit mein Radio mal an. Du musst auch bremsen. Ja, habe ich doch. So. Die Musik, die habe ich doch sonst nie. Guck, guck. Der Radio ist an. Nee, der ist eigentlich nicht an. Nee, meiner. Mach Audio, mach Musik-Lautstärke, die kannst du separat regeln in den Optionen. Das habe ich jetzt so gemacht. Wer hat denn hier schon wieder eine Funzel? Das ist weg. Ich habe eine Funzel. Ich habe auch eine Funzel. Ich habe zu viel Red Bull getrunken. Der ist doch gut, dann bleibst du immerhin wach. Wir müssen übrigens jetzt abgehen, glaube ich. Wir müssen ja vorne jetzt abfahren, ja? Ja, dann fahr mal vor jetzt. Ja, ich fahr doch schon. Ja, fahr doch mal vor. Ja, ich bin doch schön mitfahren hier. Jetzt fahr doch mal. Ja. Habe ich die Funzel-Angie noch an? Willst du mal fahren, Andi, oder so? Ich hatte die Bremse noch drin. Ja. Der schleicht da vor mir her und ich denke so, hm. Du hättest doch auch mal was sagen können, dass meine Räder irgendwie so ein bisschen... Ja, wir müssen rechts runter, nur so, dass ihr das auch mitgekriegt habt. Ich habe das gesehen, ich sehe euch, ich habe den Andi ja jetzt verholt. Mein Navi führt mich ja auch hier lang. Wir müssen ja alle drei nach Mailand. Milano, hallo. Also, da wo der Schinken herkommt, ne? Wer muss noch mal nicht nach Mailand? Was? Nein, das ist Parma. Ne, der Parma, ach ja. Aber von Milano gibt es auch Schinken. Ah, Julian, du... Ne, Salami, ne? Julian, du... Salami. Ich bin eigentlich noch irgendwo in der Nähe. Ja, hinter dir. Äh, da, Andi. Du hast gute Reflexe. Du kannst doch ausweichen. Was war das? Hast du mir die letzten Male noch erzählt? Ich glaube, ich sollte noch mal... Bleib da mal stehen. Äh, wir sind ja jetzt... Ne, hier bleib ich gerade nicht stehen. Hier ist nur einspurig. Hier blockieren ich dann. Ja, dann fahrt einfach mal weiter. Ich komme euch nach. Ich muss noch mal neu laden. Ich glaube, das ist besser. Am Rand stehen wir. Julian, warum leckst du? Das muss nicht ich sein. Das erwartete heute Probleme. Das ist cool. Cool. Also, bei mir leckt dieses Mal nichts. Also, ich halte jetzt hier mal auf... Schick-Kurten, stopp den Surfer. Ja, bleibt da einfach mal auf der... Genau. Ich glaube... Ja, ich will nur so weit vorfahren, dass ihr alle noch dahinter Platz habt. Ne, wir stehen unten. Ach, ihr steht unten? Ja, weil hier teilt sich das, ja. Und nicht... Der hat da an, die dann die falsche Aufnahme... Äh, Aufnahme. Hm? Aufnahme fährt. Die falsche Aufnahme fährt. Der hat da an, die falsche Aufnahme fährt. Okay, dann, äh... Bleib da einfach stehen. Dann weise ich mal einen Warnblinker ein und fahr dann auch ab und zu immer mal so einen halben Meter vor. Hast du eine Funzel? Geh ich ja. Vorne. Mit Jakoten? Nein, ich hab keine Funzel. Ich hasse diese Dinger. Ja, damit könntest du dich kennst. Endlich mal jemand, der das sagt. Tö. Du erinnerst dich aber schon, ob ich... Ich hab hier an dem Truck habe ich auch keine dran. Ich hab nur hinten am Anhänger eine dran. Und da ich einen Lkw transportiere? Einen Lkw transportieren? Einen Lkw. Ich transportieren fliege einen Lkw. Also, ich glaube, Lkw sehen anders aus. Ja, doch. Das ist so eine Neuentwicklung von Lkw. Ja, der kann jetzt auch fliegen. Ach so. Ohne Rotoren. Weißt du, ein Lkw hat fliegen? Ihhh. Ja, fliegen vorne dran, wenn du viele Autobahnen gefahren bist. Ich hab Lust, jetzt einen Lkw, ihr könnt weiterfahren, ich seh euch. Okay, wir können weiterfahren. Los, 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 los. Hab Angst. Weiter aus, müssen wir weiter. Julian! Macht ihn denn da? Ich hab noch gerade so gebremst und er ist hier fast hinten drauf. Ich sagte, du fahrt weiter. Ja, Emma, wir fahren Lkw, keine Rennwagen. Wir sind nicht bei Project Cars, wo man mal eben so... Das sagst du mir aber früh. Ich hab schon in den Koffer reingetreten, aber so schnell ist er dann auch nicht auf den Beinen. Er hat zwar... Wie viel hat der? 720 Pesen hat der, ne? Alter. Wie wüsste der? Ich bin jetzt so gerade... Ich fahre gerade 30 auf der Autobahn. Ja, du kannst schneller fahren. Warum machst du das denn? Wir sind hinter dir. Ich bin jetzt auf euch wartet, dass ich euch wieder einsammeln kann. Ja, verschleunige. Leute, ich bin gerade so auf die Bremsen gegangen. Ich glaube, ich hab gerade ein Loch in der Socke. Verschleunige. Du kannst doch mal die Bremsen in den Einstellungen stellen. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich fahre schon wieder 50. Doch. Wir müssen hier abfahren. Schon wieder? Stimmt. Ja. Milano, da steht's doch. Milano. Milano. Da müssen wir raus. Mit Adriano. Milano, Celentano. Mir schlechst du den da vorne. Kennt wahrscheinlich wieder keiner, ne? Nee. In Italia geht es um die Seine. Ja. Und um die Seine. Da geht es um Liebe. Oh Gott. Amore. 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 Die Liebe. Die gibt's nicht. Das ist ein Märchen. Romeo und Julia. Die gibt's in Lotus, ja. Die gibt's in Lotus, die Liebe. Dafür steht das L von Lotus. Ah, Liebe. Nein, ich glaube, das steht eher für LKW. LKW? Ist ja meine Theorie. Ich glaube nicht. Aber was hat ein LKW mit öffentlichem LKW? Zum LKW-Markt können die nicht viel, ich glaube. Doch, ich glaube, ich treu dir das zu, dass sie alles irgendwie unter einem Dach vereinen wollen. Ja, aber das irgendwie ins Schema Nahverkehr bringt. Ah, 0 zu 2. Juhu. Der Carsten guckt wieder Fußball nebenbei. Dortmund führt. Furzball? Furzball, ja. Ist eine neue Sportart. Also, Fußball ist ja in meinen Augen moderner Menschenhandel, von daher. Ja, ein bisschen hast du recht, ja. Guck mal, der Chakotan ist auch kein Fußballfan. Aber, äh, müsste er ja auch nicht sein. Ich zwinge euch ja auch nicht dazu. Nee, mir hast du gestern geschrieben, wenn du bis morgen kein Spiel geguckt hast, dann beende ich den Kontakt. Genau, dann schmeiße ich dich raus aus Team und so. Ja. Ich bevorzuge Motorsport, muss ich sagen. Motorsport? Welche Klasse denn? Heckenschneiden. Formel 1 habe ich eine Zeit lang verfolgt. Die Heckenschneidwelt, mein Sächer. Wer schafft es schneller, Gerd oder Günther? Ja, Formel 1 ist ja wiederum eigentlich so das langweiligste an Motorsport. Aber Julian, da war ich auch einst. Irgendwann bin ich dann zum Säbelrasseln übergegangen. Oh ja, Säbelrasseln. Also, früher habe ich es oft geguckt. Also, was ich früher richtig geil war, war super Touren. Was du richtig geil warst? Andi, hast du schon mal Rasentrimmen ausprobiert? Das geht auch richtig ab. Also, GTM quasi. Ja, der Vorgänger hat davon. Da war es aber noch interessanter, weil die Fahrzeuge sehr seriennah waren. Ja, ich... Oh! Was ist denn jetzt los? Der James ist disconnected. Und steht jetzt die Kochen auf der Neck. Hier ist das Spiel abgeschmiert. Mal wieder. Bis in fünf Minuten. Ich fahr einfach schon mal weiter, ja. Carsten, fahr mal ran. Wir sind doch jetzt gleich in Italien oder sind wir schon in Italien? Wir sind schon in Italien. Wir sind schon in Italien. Ja, dann hätte doch eigentlich eine Mautstelle kommen müssen. Wie du fährst weiter, ich denke, du wärst abgeschmiert. Ja, aber ich fahr dann gleich einfach schon mal weiter, bis er wieder connected wird. Ah! Aua! Aua! Jetzt jemand ist mir reingerumst. Das war der Julian. Ich dem Andi und der Andi. Sehr schön. Das kann ja nicht sein, ich bremse hier noch volle Kanne, bleib vorm Carsten stehen und hinten tut's nen Schlag. Das sind die Geist sozusagen, hm, passt schon, so schnell ist ja nicht unterwegs. Der Tag hat immer wieder Stress mit mir, ich merk's schon. Scheiße. Das ist ja immer. Das ist ja immer aber keine absichtliche Aktion, Andi. So, jetzt stehen wir hier und warten wieder mal nur auf den Schickoten, wie immer. Wie immer, ne? Wie? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das hat mir ja erst. Guck mal, das ist ja Leder mal neu. Du Andi, sollen wir bei dem nächsten, der mitfährt mal das Skript entfernen, dass bei den Mitfahrern immer das Spiel abstürzt? Ich mein, dann bis von hat es ja auch passiert. Es scheint irgendwie üblich zu sein. Oh, jetzt krieg ich schon hier, unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Hä? Wie fährst du noch, oder was? Na, ich fahr jetzt wieder. Wir sehen dich aber noch nicht, du solltest vielleicht erst mal warten, bis du du connected bist. Nein, ich fahr jetzt einfach schon mal, ich bin ja wieder ein Stück zurück. Er ist ja dann irgendwann connected und ich brauche dann in einem Mitspieler drin. Wie, du bist ein Stück zurück. Ich bin wieder da, hey. Ja, wo bist du denn? Ach, du bist zurück? Was gibst du dazu? Ich bin wieder connected. Ich bin vor den Tunneln, wo wir gerade durchgefahren sind. Ja, Karsten, dann würde ich sagen, fahr schon mal langsam weiter, oder? Wir stehen vor dem Tunnel. Wolle ich grad sagen. Wolle ich grad sagen. Ah, da ist ja noch ein Tunnel. Genau. Ja, ja. Hm, 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 hm. Ja, ja. Hm, 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 hm. Hast du langsam, dass du Ciccote nimmst? Ja, ich fahr grad mal 50, jetzt weg kann ich mit mir. Es geht hier über Stellberg auf, kann das? Hm, ne. Nee. Weil mein Lkw gerade irgendwie nicht... Vielleicht hast du irgendwie ne Kuba fahren und die hängt noch unter dem Lkw. Hahaha. Das kann sein. Hm. Illegale Vieh-Trieb hier. Mensch. Kann das sein, dass der grad durch den Tunnel gefahren ist, wo wir jetzt durchfahren? Ich glaube ja. Ich hab keine Power. Auf sind wir noch nicht gegangen. Gegangen sowieso nicht. Also ich fahre lieber. Nein, aber den Tunnel hatte ich vorhin schon. Da bin ich auch nur mit 90 hochgekrochen. War der innen drin so grau-weiß? Nein, der ist gelb. Ach so, ja, da waren wir schon. Nee, dann ist er hinter uns. Carsten. Hab ich doch gesagt, ich bin hinter euch. Ja, was denn? Ich bin doch da. Und kurz hinter dem Tunnel ist es mir doch abgeschmiert. So, ich jetzt langsam fahren oder schnell? Warum dreckelst du mich? Langsam. Langsam. Da kommt gleich einer noch und hinter dem bin ich dann. Ihr müsst gleich ein weißer LKW entgegenkommen. Ja, warte, das kann ich dir gleich sagen. Da kommt gleich ein extrem langer Tunnel, durch den wir gerade fahren. Jetzt ist ein grauer. Ja. Mit so grünen Dingern an den Wänden immer mal. Ja, ja, da kommt der weiße LKW. Huah! Da kommt der weiße LKW. Huah! Auf meiner Spur? Da ist gerade der Trailer fliegen gegangen. Bei dem? Jaja, ich sah ihn, äh, seinen Trailer auf mich zufliegen. Das ist super. Dezent beängstigend. Ey, der kommt noch was näher. Auf der Baustelle ist Helmpflicht. Die müssen ein Helm tragen. Der hat uns drei gesehen, hat gedacht. Pass auf, gleich kommt der Jackpoten. Ja, jetzt bist du bereit. Jackpoten, Josch oder Busfanat. Schon mal den Trailer fertig machen. Voll geil, ey. Und wenn du kommst du mal, ja, oder? Der vor mir fährt auch. Das ist, wow, Fettschlangenlinie über die Bordsteinkante, Schleiß. Vielleicht ist der betrunken. Ja, ich glaub's auch. Ist der frut? Mit ner Funzel? Jaja, der hat ne Funzel, der fährt Gabelstapler. Achso, dann bin ich das nicht. Oh, das ist geil, das sieht geil aus, das sieht geil aus, das sieht geil aus, das sieht geil aus. Oh, sieht das geil aus. So kennt man das in Italien, oder? Oh, das ist schön hier, ne? Bella Italia. So kenn ich das. Warum waren wir noch die hier? Was kenn ich das? Ja, weil die und mir Aufträge gegeben haben, die Drecksäcke. Da hinten fährt ein Zug. Irgendwo. Was? Da fährt noch ein Zug. Das geht schief, Freunde. Das geht schief, Freunde. Auf der linken Seite. Das ist jetzt schon wieder passiert. Ach, hier meinte einer, mich überholen zu müssen. Hey, jetzt fahren wir aber auch in den gelben Tunnel rein. Mhm. Aber er hat ja schon bestätigt, dass er hinter uns fährt. Mhm. Jaja, ich fahr jetzt gerade aus dem grauen Tunnel wieder raus und hab einen kaputten LKW, weil der vor mir gerade geleckt hat. Und rechts von dir kommt irgendwann Wasser. Mhm. Ich fahr gerade durch eine Baustelle. Aber mir noch sagen, du musst doch reagieren, wenn der LKW leckt. Du musst doch doch ausweichen können. Oh, Covid ist aber scharf. Ja, wenn ich damit rechnen, das mal heilig. Ja, hab ich das bei... Ne? Nicht? Da musstest du bei mir mit rechnen, weil von mir kennt man das ja, dass es ab und zu fast Ne Kraften leckt heute auch ganz gerne. Hier ist ein Rastplatz. Wollen wir doch mal abfahren? Ja, dann fahr da mal ab. Ja, jetzt bin ich schon vorbei. Ja, aus dem einfachen Grund, da könnten wir mal auf den Chakoti warten. Ja, dann fahr ich jetzt. Ich fahr über die grüne Wiese hier. Die Wiese ist grün. So. Ui. Ich brauche jetzt auch mal langsam ne... ne Stadt. Berg. Du brauchst ne ganze Stadt. Und... Ja, ja. Mit Berg. Der Chakoti hat ja ernsthafte LKW-Probleme. Die haben mir verreckt die ganze Zeit der Motor. Scheiße. Ich speichere. Wärst du nicht auch manuell? War da nicht was? Manuell getrieben oder fährst du Automatik? Ne, das war er nicht. Ich fahr Automatik. Ah ja, stimmt. Das waren ja Busfanat und Josch. Die sind ja manuell gefahren. Seid ihr da auf dem Parkplatz? Ja. Dann speichern wir mal kurz. Ja. Für Chakoti wahrscheinlich eher nicht, weil der ist ja kaputt. Doch, ich speichere auch. Hat Sicherheit. In der Zeit ist der Nix gegen Garmes direkt wieder weiter gefahren, ne? Ich steh nur hier vorne. Ich wollte gerade fahren. Dann hast du unseren Speichern. Jaja, komm. Einmal speicheln. Ah, Julian! Carsten! Ich wollte dich nicht überholen. Ich wollte mir den Chikoten überholen. Ah, Julian! Bitte nicht du auch noch. Zu viel Taurin. Ich hab's für die anderen beiden dran. Ich fahr ganz vorne. Was willst du denn von mir jetzt? Mein Tarn noch nicht. Aber vor der Aufnahme schon. Ja. Warum muss ich eigentlich mal vorne fahren? Oh, ah. Oh, 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 Kerl. Da kommt einer. Ja. Ja, ja. Das verlierst du, Sporty. Bitte was? Willst du nicht vorfahren? Ja, fahr doch mal vor. Ja, fahr doch mal vor. Ja, nicht, dass ich wieder wegen und so, ne? Ich will nicht immer vorne wegfahren. Ich will auch mal hinten fahren. Ah, okay. Okay. Aha. Aha. Ah, Andi mit seinem Geschleiche hier. Fahr, du. Opa, rechts ist Gas. Nix, Opa. Ich geb dir gleich, Opa. Fähr's aber wie einer. Einmal mit Profis. Ich hab's nur gehört, dass da irgendjemand eine schnelle Bewegung gemacht hat. Ich hab aber trotzdem gebremst. Schade. Er hat sich beinahe wieder selbst auf die Seite gelegt. Er war schon wieder hochgestemmt, die linke Seite. Ja, 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 ja. Nein, der ist nicht da. Ich kann aber wenigstens so weit fahren, dass ich nicht wie du hier bin. Oh, 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 oh. Das ist schön. Das ist schön. Seifer. Der Tunnel ist schön? Nee, nicht der Tunnel. Oh, dahinter. Ich bin im Tunnel hier. Ja, dann komm da mal raus. Wir sind immer noch in einem Tunnel. Und Inka-Wende. Da kommen wieder Inka-Wende. Was? Inka-Wende? Geil, mit dem Berg! Nach rechts. Da rechts. Du musst nicht einschlafen. Ja, fahr doch vorbei. Ich fahr jetzt extra ein bisschen lang. Na mal. Wie der an die Schlangen? Ich bin eigentlich nur links. Ich bin gerade in Außenansicht. Weil ich die nicht reinfahren wollte, wenn es mal irgendwie wieder läuft. Stopp dort noch nicht rüber. Ich wollte mir das mal gerade von außen angucken. Ja, das ist immer tatsächlich etwas... Ich bin in der Außenansicht. Ja, da kannst du mich noch besser sehen. Nee, ich komme nach vorne. Du siehst, dass du vorbei bist, aber bist eigentlich noch nicht vorbei. Das ist das Problem. Das ist ja ein Duo. Ja.